Die kleine Taschenlampe hier ist der perfekte Begleiter im Werkstattalltag und im Detail schauen wir uns die jetzt mal an. Das Lampengehäuse besteht aus ultra leichten schlagfestem Aluminium. Betrieben wird die Lampe mittels zwei AA Batterien. Eingeschaltet wird sie auf der Rückseite und hat eine Leuchtkraft von 85 Lumen. Die Leuchtweite beträgt bis zu 25 Meter und die Leuchtdauer liegt bei maximal zehn Stunden. Die Lampe hat auch einen Taschenclip und ist gerade mal so groß wie ein Kugelschreiber. Somit passt sie in jede Hemd- oder Kitteltasche. Die Leuchtweite beträgt bis zu 30 Minuten. Marke Struweiler. . Die Leuchtweite beträgt bis zu 30 Minuten, bis 3 Minuten.